Alter, war das gut! Alter, war das gut! Jaaa, klar! Speedrun, motherfucker! Wie er einfach durch Yolot, Alter. Boah, sick. Oh, yo, tatsächlich. Oh mein Gott, Alter, weißt du noch, dieses eine, was wir gesehen haben, dass sich hier die Stühle bewegt haben und so? Ja, 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 ja. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Holy fuck, ey. Eww! Das ist eine gammelige Orange, Alter. Ja. Ja. So, was haben wir denn hier leckeres? So, jetzt haben wir hier erstmal was leckeres Süppchen, ne? Nehmen wir erstmal hier. So, pass mal auf. Der Schlo wünscht sich gerade mit dem Drop-Simulator zu sein. Nix auf, man, nee. So, pass mal auf. Jetzt haben wir hier erstmal lecker Döschen. Dann machen wir nämlich hier erstmal in den Topf rein. So, ja, ist da, ne? Ihr habt da auch bestimmt Hunger. Ihr wollt da was essen, ja? Mach doch nur... Jetzt hast du was gesagt, Alter. Ich hab mich da vorher schrauben. Puh. Tut mir leid, das war knapps nicht. Ich wollt sagen, mach mal die Orange da rein. Das Feuer wurde doch zuletzt in dem Buch angezeigt. Ja. Guck mal, das Buch zeigt ein Beil an. Hat es das Beil schon immer angezeigt? Das Beil hatte ich doch schon. Das hab ich doch aufgehoben. Ach so. Was? Ich bin gegen mein Mikrofon gekommen, sorry. Boah, Alter, das ist halt auch krass creepy, ne? Ja, ist es auch. Aber du musst gleich safe wieder, Alter. Mir wird echt übel. Küche. Ja, moin. Kannst da reingehen? Alter. Wow. Bruder, das ist deins. Das ist deins. Ich geh doch nicht durch den Kamin in den Keller. Ich geh doch nicht durch den Kamin in den Keller. Ich bin doch nicht behindert. Ja, schön, ne? Alter, ohne Witz. Ey, dieses Bild ist ab nochmal. Die guckt doch hier, die kommt doch gleich raus. An dieser blauen, äh, Dings. Guck mal, da steht so eine blaue Kerze. Zünd mir das Blatt an der blauen Kerze an. Oh mein Gott. First feet the flame haben wir. Also dieses Bild. Amino. Das ist der Stern, Mann. Aufs Brett legen. Äh, nicht auf dem Boden, sondern die Coins auf das Brett oben. Guck mal, vielleicht auch die Sternmünze. Oh, ja. Ah, okay, und jetzt die Dreieckmünze auf das Dreieck. Dann brauen sich alle wieder zusammen. Okay, was jetzt? Ah! Alter. Hast du diesen Schädel gesehen, Mann? Ja, ich hab den Schädel gesehen. Oh mein Gott! 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 Äh, du sollst dich verstecken. Äh. 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 Oh mein Gott! Verpiss dich! Hure! Entschuldigung für das Wort, weil Leute keine Angst. Okay. Das ist irgendein offizieller Brief. Ein Brief an Blake. Dear Blake, congratulations. I'm... I'm pleased to inform you that, äh... You of... Ja, Bullshit. Okay. Oh! Oh mein Gott! Alter, sein Kopf ist ab. Der schlade ich den Schlüssel. Bitte? Der schlade ich den Schlüssel. Oh, das war so klar, Alter. Es war so klar, dass sich alles was passiert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Please! You have to stop it! Was habe ich zu stoppen? Oh! 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 Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Oh! 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 Schlüssel! Schlüssel! Tür! Tür! Auf! Öffne! Holy shit, Mann! Kommt das? Ich weiß es nicht. Da kommt noch mehr! Da kommt noch mehr! Wo? Da! Überall, irgendwo, ich hab keine Ahnung, Geräusch! Ich hab keine Ahnung, ich hör es nur! Lampe! Äh... Lampe, Schlüssel, Tür, öffne dich! Geh auf! Ich will ins Kinderzimmer! Äh... Das ist Kai! Kai! Beschütze mich! Kai! Bruder! Hinter dir! Oh mein Gott! Das kommt schon wieder! Da scheint was an der Wand! Ja! Aber ich muss hier weg gerade! Ich kann das gerade nicht lesen! Nee! Alles richtig! Warte mal, Kinderbett, ne? Ich kann hier nicht lang gehen! Kinderbett! Ich kann hier nicht mehr lang gehen! Oh mein Gott! 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 Boah! Das war der krasseste Jumpscare in dem Game bisher! Oh mein fucking Gott! Ah! Oh mein Gott! Vergiss dich! Genau! Genau! Hilf mir! Kleines Mädchen! Beschütze mich! Oh, ich darf nicht so weit rausgehen, glaube ich! Gott, Alter! Ich bin am Zittern, ne? Holy shit, man! Hast du dich gerade auch so erschreckt? Mhm! Leute, könnt ihr das mal klippen, bitte? Ich will das bitte semi-schlosig erschreckt auch! Gott, Alter! Ja, aber, also, die scheint ja cool zu sein! Ja, die ist auch cool! Was? Warum hast du sie töten? Ich hab nichts gemacht! Wir sind alle allein! Ich schwör, ich war das nicht! Du bist all ich habe! Okay, tschüss! Na, hau rein, ne? Boah, Alter! Ich hoffe, ihr habt, äh, ganz viel Spaß, Freunde, weil das ist echt... Anstrengend! Wir machen das für euch! Ey Freunde, check, ihr müsst Spaß haben, weil das ist zu krass, was wir hier tun! Ja! So, ich rush jetzt in den Keller und stell mich hier hin! Was ist, wenn ich in diese abgefuckte Scheiße laufe? Weiß ich nicht, dann stirbst du! Bist du sicher? Nein, mehr wie eigentlich! Ja, ich mach voll den Hexenscheiß hier! Wer will denn sein Hexenscheiß machen, Mann? Wollte mit sowas nie was zu tun haben! Ich hab nicht! Oh, heiliges Zebräsel, ich beschwöre dich! Heiliger Gott! Heiliges Zebräsel, du kommst nach hier und beschert uns allen Zebräseliebe! Ja, ist dunkelgerade. Alter! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ah, jetzt fällt mich hin, oder genau schon! Guck mal, jetzt soll der Püppchen, das ist aber was meine Hand flogen da war! Ja! Fertig! Ja, fertig! Was geht ab, Mann? Ich bin friendly. Ich schwöre, ich bin der Schloch. Ich bin der Schloch. Du bist so geil, Alter. Was geht ab bei dir? Alter. Mach jetzt keinen Scheiß. Oh, mein Gott. Miesgestaltetes Scheißkind. Drumroll, please. Our big front yard in front of our brand new house. Hell yeah. Alter. Thank you for playing. BAM, Alter, wir haben es durch, Mann. Fucking VR-Horror-Game. Do's go. There ain't no love. Like a real love. But it goes so fast. All tied up. Like a captain. I won't do. Used to pay them all my life. Sand in the rain blows. Playing the cool. bAM, Alter. Was master an Blue Cockpit. You can can't die, man. Baby Needham.